Liebe Studierende von SE1, willkommen beim SU-Klassendiagramme 2. Sollten Sie noch nicht das Video zu Klassendiagramme 1 geschaut haben, machen Sie das bitte jetzt. Ansonsten, was erwartet uns heute? Wir kümmern uns um Klassendiagramme, aber auch um zwei andere Diagrammarten. Paketdiagramme und Objektdiagramme, die wir so quasi mal nebenbei mitnehmen. Das sind jetzt nicht so ganz komplexe Diagrammarten, die können wir einfach mal abfrühstücken. Und dann reden wir aber tatsächlich über Modellierungsmöglichkeiten bei Klassendiagrammen, die ein bisschen fortgeschrittener sind als die Basics, die wir letztes Mal gemacht haben. Und am Ende möchte ich Ihnen nochmal vorstellen, auch wieder eine ein bisschen andere Spielart einer textbasierten Variante, um zu Klassendiagrammen zu kommen. Es gibt hier eine Übung zur Dokumentenanalyse, das ist ein Arbeitsbogen. Da fordere ich Sie auf, bitte machen Sie den und kontrollieren Sie sich anhand der gegebenen Musterlösung. Die Lernziele für heute. Verstehen Sie, wie Pakete in der UML angewendet werden können? Wie funktionieren Paketdiagramme? Ich könnte Ihnen zum Beispiel in der Klausur eines zeigen und fragen, was passiert denn da? Sie sollten alle Features von UML-Klassendiagrammen sicher benutzen können. Ich möchte, dass Sie in der Lage sind, mit allen Features, die ich Ihnen vorstelle, UML-Klassendiagramme eigenständig zu zeichnen auf Basis beispielsweise eines Textes, auf Basis von C++-Code, auf Basis mündlicher Informationen. Also Sie sollen das verwenden können. Das ist mir sehr wichtig, weil das etwas ist. Da möchte ich wirklich auch, da müssen Sie Teile halt auch wirklich lernen, im Sinne von auswendig lernen, wie die Notation geht, weil Sie es parat haben sollen. Wenn Sie mit Leuten vor einem Whiteboard stehen, sollen Sie in der Lage sein, nach vorne zu gehen und anfangen, Diagramme zu zeichnen von dem Problem, über das Sie reden. Sie sollen UML-Objektdiagramme einsetzen können. Das ist nicht ganz so schwer. UML-Objektdiagramme sind quasi Klassendiagramme mit so einem kleinen Twist. Und Sie sollen Dokumentenanalyse anwenden können. Das heißt, ich stelle Ihnen das vor, das ist nochmal so eine textbasierte Analyse, ist überhaupt nicht schwer. Und das können Sie, glaube ich, dann auch anwenden, weil das ist eben dieser Arbeitsbogen, den Sie machen können. Der Abschnitt Pakete. Da zeige ich Ihnen als erstes mal ein Package-Diagramm. Und hier sehen Sie zum Beispiel ein Package-Diagramm. Da sehen Sie ein Package vor allen Dingen. Erstmal sehen Sie sogar mehrere Packages. Und das Package-Adressbuch zum Beispiel. Und das Package-Länder. Das heißt, die Notation eines Pakets ist ein Rechteck mit einem Fähnchen. Das sind diese Hängeregistratur. Kennen Sie das noch? So eine Schublade. Auf Ämtern sieht man das. Ich habe auch sowas tatsächlich in meinem Schreibtisch in der Beuth gehabt. Jetzt habe ich, glaube ich, nee, jetzt habe ich keinen mehr. Also ich habe keins mehr, keine Hängeregistratur. Das ist, wenn Sie Akten abheften, so eine Schublade zieht man raus. Und dann sind da so Fächer drin, wo oben so eine Karte drauf ist. Wo man zum Beispiel, oder bei Ärzten oder so, wo die Leute so ganz schnell durchgehen. Und dann stehen da die Namen auf so kleinen Reitern. Und dann kann man sagen, A, B, hier. Das heißt, das ist eine Möglichkeit, Akten zu sortieren. Und das ist das, ja, die visuelle Metapher, die hier verwendet wird, ist dieses Fähnchen, auf dem der Name des Pakets steht. In der linken oberen Ecke. Was machen Pakete? Pakete gruppieren Elemente logisch. Klar, sie machen gar nichts. Sie fassen die einfach nur zusammen. Und zwar in einem Namensraum. Pakete sind Namensräume, Scopes. Pakete dürfen sich selber nicht enthalten. Ist klar, zyklisches Enthalten klappt irgendwie schlecht. Und Pakete dürfen Sichtbarkeit einschränken. Erinnern Sie sich, es gibt Package-Sichtbarkeit. Die können Sie hier auch benutzen. Alles, was in diesem Paket ist, ist dann mit Package-Sichtbarkeit für die anderen sichtbar. Sie können aber grundsätzlich zum Beispiel sagen, hier zum Beispiel sieht man das mal. Also dieses Paket-Adressbuch hat einen Eintrag, Public, eine Adresse-Public, Überprüfer, Private und ein Public-Package-Länder. Dabei bezieht sich die Sichtbarkeit nicht darauf, was das Paket selber sieht, was in dem Paket selber geschieht, sondern was, wenn andere Leute das Paket benutzen, was die sehen. In diesem Fall würden Sie bei Adressbuch nur Eintrag, Adresse und das Paket Länder sehen, weil Überprüfer Private ist. Pakete, habe ich schon gesagt, definieren einen Namensraum. Beispiel, Demo-Adressbuch-Eintrag. Naja, also Adressbuch sehe ich. Eintrag sehe ich auch. Wo ist das Paket-Demo? Ich habe das, die ganze Folie ist ein Paket-Diagramm. Man kann ein Paket-Diagramm links oben in der Ecke eines Diagramms, kann man hinschreiben, in welchem Paket das ist. Und diese Folie ist im Paket Demo. Das abgebildete Paket Adressbuch ist in Demo enthalten. Und die Klasse Eintrag ist im Paket-Adressbuch. Und nichts anderes steht hier. Und zwar für C++-Programmierer ist es eine angenehme Variante, dass der, es wird der Scope-Resolution-Operator von C++ benutzt, die beiden Doppelpunkte, um diese Schachtelung der Einträge zu trennen. Das heißt, hier steht Paket Demo, Paket Adressbuch, Klasse Eintrag. Das heißt, Paket und Klasse stehen nicht da, sondern steht Namensraum-Demo, Namensraum-Adressbuch, Namensraum-Eintrag. Und das entspricht einer Klasse. Sprich, so können Sie adressieren, indem Sie prefixen mit den entsprechenden Paketen. Jetzt ist es so, dass Pakete in Beziehung zueinander gesetzt werden können. Die erste Beziehung, die wir uns angucken, sind Import-Beziehungen. Import-Beziehungen machen die Elemente eines Pakets in einem anderen Paket sichtbar. Include, Import. Also das, was Sie in der Programmiersprache machen, um Symbole sichtbar in Ihrem Namespace zu haben. In C++ zum Beispiel könnte ich sagen, Using Namespace Standard. Und dann heißt es, dass was in diesem Namespace definiert ist, das kenne ich jetzt in meinem normalen Namespace. Ich muss, wenn ich Using Namespace Standard sage und zum Beispiel String inklude, dann muss ich nicht mehr Standard, Doppelpunkt, Doppelpunkt, String hinschreiben, sondern kann direkt String benutzen. Und das ist, was dieses Import macht. Das heißt einfach, hey, die Symbole, die in diesem anderen, ich nenne die jetzt mal Symbole, Symbole, sagen wir Klassen, die in dem anderen Paket definiert sind, die sind hier in meinem Namesraum auch einfach gültige Symbole. Okay? Hier wird nichts kopiert oder so. Das ist keine, da bewegt sich tatsächlich physisch nichts zwischen diesen Paketen, sondern es ist nur eine Frage der Sichtbarkeit. Also, Import heißt, mach alles, was in dem anderen Paket ist, sichtbar. Wenn ich es auf zwischen Paketen anwende, das ist der sogenannte öffentliche Import eines Paketes, kann ich auch auf ein Element anwenden. Hier. Da macht das Paket B, kennt die Klasse X, weil sie öffentlich importiert wurde. Ich kann aber auch das Privat machen. Das ist Access, das nimmt die Klasse Y, macht sie verfügbar im Paket B, aber als Private Ding. Das heißt, Paket A sieht sie nicht, obwohl Paket A komplett Paket B importiert. Aber Y wird geschützt als Private sozusagen in B übernommen als Symbol und das wird nicht weiter an A weitergegeben. Bei diesem Access hier gibt es noch so einen Buchstaben R. Und zwar hat die UML das Feature, dass man Aliasing betreiben kann. Das heißt, sie können sagen, ich benutze das Y, aber unter dem Namen R in meinem Paket B. Das heißt, wenn man ein Symbol, das unterstützt ihre Programmiersprache nicht, also C++ kann das nicht, wenn man ein Symbol von einem anderen Paket übernimmt, kann man es umbenennen. Das ist eine gute Eigenschaft, wenn man zum Beispiel sehr viele Sachen aus verschiedensten Paketen zusammen importieren möchte und ich weiß nicht, in dem einen Paket gibt es ein Symbol Element und in dem anderen Paket gibt es auch ein Symbol Element und dann nimmt man das eine halt um in Special Element oder so und dann hat man in seinem aktuellen Namespace, wo beides rein importiert wird, keine Kollisionen denn haben, weil man die umbenennen kann. Ansonsten hätte man zweimal Element und man wüsste jetzt nicht, wie gehe ich damit um. Da müsste man immer prefixen. Ich bin Paket A Element, ich bin Paket B Element. Sie können sich das vorstellen. Also, Import ist die öffentliche, also Public Einbeziehung eines anderen Symbols aus einem entweder Paket, indem ich den Pfeil von einem Paket zu einem anderen Paket mache. Der Pfeil ist ein normales Dependency, gestrichelte Linie, offene Pfeilspitze und der Stereotype Import. Oder ich kann mich auf ein Element beziehen, dann wird nur das Element Public importiert und ich kann das auch private machen. Das heißt, ich kriege das Element, aber nicht wer auch immer von mir importiert. Ist nicht transitiv sozusagen. Dann benutze ich das Stereotype Access. Das ist der private Import. Sowohl bei Import als auch Access kann ich dahinter einen Namen schreiben und dann findet eine Umbenennung statt. Das wird dann Aliasing genannt. Ein Aliase. Einen zusätzlichen Namen, unter dem man das kennt. Das heißt, wenn wir uns jetzt zum Beispiel fragen, was ist denn in A sichtbar? In diesem Beispiel hier können wir ja mal durchgehen. Also A importiert B. Das heißt, in A ist alles sichtbar, was in B sichtbar ist. Dann müssen wir uns fragen, ist Q sichtbar? Jetzt müssen Sie wissen erst mal, was für eine Sichtbarkeit hat Q. Q ist Public sichtbar, weil es die Default-Sichtbarkeit hat. Ich habe sie nämlich nicht gezeigt. Die Default-Sichtbarkeit ist Public. Public Sachen werden einfach so importiert. Q ist sichtbar in A. Okay, super. Also Q ist hier schon mal drin. Uh, das sieht ja schlimm aus. Was ist noch drin? Was ist denn noch in B? Das müssen wir jetzt wissen. In B ist noch X. X ist Public sichtbar, wird Public sichtbar importiert. Das heißt, X ist auch in A. Q und X haben wir bisher. So. Ist Z drin? Nein. Bei Z ist nicht mal in B, weil es Private in C ist. Das kommt beim Import. Ah, es wird eh nicht importiert. B importiert ja eh nur X und Y. Jetzt müssen Sie sich fragen, ist Y drin? Nein. Weil ich habe Access benutzt. Damit ist Y zwar, also hier X ist in B, Y ist in B, aber Y ist Private in B. Das heißt, es wird nicht an A weitergereicht. Das heißt, A hat im Moment, das ist das Q aus B und das X aus C. Das heißt, das sind die Symbole, die A einfach verwenden kann, ohne da B oder C oder irgendwas davor schreiben zu müssen. Heißt jetzt nicht, dass A nicht auch das Symbol Y aus C verwenden könnte, aber es müsste es dann eben unter dem Namen C Y machen und könnte es nicht einfach unter Y machen. Das ist der Unterschied. Das ist einfach nur eine Frage von Verkürzung von Namen zur bequemeren Schreibbarkeit, sage ich mal. Okay. Importbeziehungen bei Paketen. Jetzt gibt es noch eine zweite Sache, nämlich das sogenannte Verschmelzen von Paketen. Wird auch so notiert, wie wir es bei Import und Access gesehen haben, sprich ein Dependency-File mit einem Stereotyp, der heißt diesmal aber Merge. Verschmelzen von Paketen heißt, da wird wirklich was von einem Paket ins andere kopiert. Und das findet rekursiv statt. Das heißt, ich kopiere eine Klasse, dann kopiere ich auch die Beziehung, ich kopiere die Attribute, ich kopiere die Operation. Das kann sehr einfach zu Konflikten führen. Viel einfacher als diese Import-Geschichte. Weil ja alles mitgenommen wird. Das heißt, es kann Name-Clashes sein, es können sich widersprechende Operationen importiert werden und so weiter. Prinzipiell ist es Ihre Aufgabe, darauf zu achten, wenn Sie Merge benutzen, dass das nicht passiert. Dieses Merge, das ist in der Definition der UML, wird das ganz viel benutzt. Weil, also Sie nennen zum Beispiel hier einen Teil der UML2-Definition. Die UML selber ist extrem strukturiert in ihren Basiskonzepten. Die UML ist überraschenderweise mit der UML selber definiert. Ja, das geht. Da müssten wir jetzt in das Metamodell der UML rein. Wie das geht, will ich gar nicht hin. Aber, was die UML macht, ist ganz viel Import und Merge, um Funktionspakete zur Verfügung zu stellen. Und das sehen Sie auf der rechten Seite. Zum Beispiel gibt es das Primitive Types. Das ist bekannt in dem Package Constructs. Und das Package Constructs wird komplett reinkopiert in ein Package, das heißt Kernel. Und mit Kernel arbeiten wir dann. Und das benutzt eben diese Import- und Merge-Geschichten. Das heißt, die UML selber macht das ziemlich viel. Und deshalb ist im Standard seitenweise, sind komplexe Transformationsregeln zu finden, mit denen gesagt wird, wie dieses Merge genau rekursiv abläuft. Ist für uns nicht so wahnsinnig interessant. Sie müssen sich merken, dass wenn ein Paket irgendwo hingeht und irgendwas mergt, dann wird alles reinkopiert, sozusagen, worauf der Fall zeigt. Okay. Ich mache mal ein Beispiel, vielleicht ist es dann klarer. Beispiel zur Paketzusammenführung. Schauen Sie sich das erst mal an. Also bei der Zusammenführung ist es wirklich so, wenn es ein A in dem einen Paket gibt, ist es auch das gleiche Symbol danach in dem anderen Paket. Werden Sie gleich sehen. Also, wir haben vier Pakete. P, Q, R und S. In den Paketen ist jeweils ein bisschen was drin. Im Paket P sind zwei Klassen A und B, wobei E eine Spezialisierung, B eine Spezialisierung von A ist. Im Paket Q ist eine Klasse A und eine Klasse C, die eine Assoziation haben. Im Paket R ist nur die Klasse A. Im Paket S ist eine Klasse A als Spezialisierung von D und A mit einer Beziehung zu einer Klasse B. Jetzt habe ich Merges. Und was mache ich? Ich merge mir im Paket R die beiden Pakete P und Q rein. Und in dem Paket S merge ich mir das Paket Q dazu. Was passiert jetzt? Da haben wir mal das Ergebnis. In Rot die Änderung, die durch das Merge geschehen. Wie gesagt, wir kopieren hier direkt. Und es wird alles kopiert, so auch die Assoziationen und so weiter. Das heißt, wenn Sie sich jetzt das Paket R angucken, dann ist aus dem Paket P dieser Teil dazu gekommen und aus dem Paket Q dieser Teil dazu gekommen. Okay? Das heißt, in R habe ich jetzt eine Klasse A mit einer Beziehung zu C wie in Q definiert und außerdem mit einer abgeleiteten Klasse B wie in P definiert. Im Paket S sieht es ähnlich aus. Da ist einfach nur die Information dazu gekommen, dass A noch ein C als Assoziation hat, weil das im Paket Q so definiert ist. Also eigentlich straightforward, aber Sie sehen schon, da können Dinge passieren. Ja, also was ist, wenn, wie gesagt, hier widersprüchlich, wenn das ganz andere A's eigentlich sind, die ich da merge, wenn es gar nicht die A's sind von vorher oder die A's in P und Q haben beide ein Attribut Foo, das eine ist aber ein Int und das andere ist ein String. Was landet jetzt in R? Also solche Fragen. Wie gesagt, Sie sind dafür zuständig, dass das keine Konflikte macht. So, ich würde jetzt gerne bei den Modellierungsmöglichkeiten bei Klassendiagrammen weiter fortfahren und als erstes ein Konstrukt haben, das nennt sich aktive Klasse. Das würde ich gerne besprechen. Das heißt einfach nur, diese Klasse hat einen eigenen Kontrollfluss. Wenn es keine aktive Klasse ist, ist eine Klasse immer reaktiv. Das heißt, sie wird von außen aufgerufen, sie kann selber keine Aufrufe auslösen. Bei aktiven Klassen, die notieren Sie, indem Sie hier links und rechts so doppelte Striche machen. Das passiert in Ihrem Tool automatisch, wenn Sie da eine Checkbox Active anklicken und das ist gut geeignet. Zum Beispiel, mein Beispiel hier ist ein Server, die Klasse Server. Da zeige ich Ihnen jetzt eine neue, ganz witzig vielleicht. Dieses hier ist ein eigenes Abteil. Das kennen Sie doch nicht. Sie können weitere Abteile, Compartments zu diesen Klassen hinzufügen. Es müssen nicht nur die für Attribute und Operationen sein. Hier habe ich jetzt eins für Signale. Da habe ich jetzt den Stereotype Signal verwendet und gibt zwei Signale. Verbindung beenden und runterfahren. Wenn Sie schon mal einen Server implementiert haben, zum Beispiel unter Unix, wissen Sie, das passiert so. Also man hat diese Signals als Betriebssystemsignale unter Unix, SICK-HUB zum Beispiel oder SICK-KILL. Das sind so Signale. Da können Sie Signalhändler für installieren, die aufgerufen werden, wenn das Signal kommt. Und das Signal kommt vom Betriebssystem asynchron in Ihren Programmablauf rein. Das kommt einfach irgendwann. Das ist nicht, ja, das ist von außen. Kann Interrupt-Leitung sein, also kann eine Hardware-Verbindung haben, kann per Software ausgelöst werden, völlig egal. Und damit können Sie Sachen machen, wie zum Beispiel Threads unterbrechen. Und das ist bei Servern oft so, dass sie eben, die haben einen unendlich, sage ich mal, laufenden Thread, eine Endlosschleife und machen da ihre Sache und reagieren auf Signale und abhängig davon wird der Thread unterbrochen oder runtergefahren oder die Konfiguration neu geladen oder was auch immer passieren kann. Jedenfalls Serverprozess an sich, also wenn Sie das noch nicht angeguckt haben, ist schon eine spannende Sache, wenn Sie mal Zeit haben, haha, könnten Sie mal einen kleinen, einfachen Server unter Unix programmieren. Das ist eine lustige Aufgabe, lernt man viel. Ist aber jetzt nicht Bestandteil von SE1 um Gottes Willen, was ich Ihnen nur sagen will, vielleicht fangen Sie damit an, wenn Sie noch nie eine Klasse gemacht haben, die einen eigenen Thread hat. Vielleicht fangen Sie damit an. Also Main hat natürlich einen Thread, das ist nämlich der, der reingereicht wird vom Betriebssystem, aber wenn Sie jetzt mal einen machen wollen, einen Timer schreiben oder eine Uhr, die von sich aus weitergeht oder so, schreiben Sie sowas mal, das ist auch schon ganz spannend. P-Threads zum Beispiel sind so eine typische Möglichkeit, das zu machen in C++. Bin mir sicher, dass Boost da was hat. Ich bin nicht sicher, ob Threads inzwischen zu STL gehören. Egal, das wäre doch eher was für SE2. Gut, also aktive Klassen zeigen Sie, indem Sie doppelte Striche links und rechts haben, doppelter linker und rechter Rand. Templates. Templates, und ich rede jetzt nicht über Templates zum Beispiel, also Schablonen für sowas wie Code-Generierung, sondern ich rede über generische Programmierung. Das heißt, was in C++ Templates heißt oder in Java Generics, das ist die statische Ausprägung zum Beispiel einer Klasse mit einem speziellen anderen Typ und das können Sie annotieren, das ist ein bisschen schwierig in Magic Draw, müssen Sie mal die Anleitung lesen, wie das geht. In dem, also es taucht dann in UML, ist es so, dass wenn Sie sozusagen so einen Parameter, so einen generischen Typ-Parameter einführen, dann taucht der hier oben drangehangen an Ihre Klasse auf als so kleines Extra-Kästchen, ist gestrichelt und da steht halt der Typ und der Name dieses Typs drin. In C++ haben Sie zum Beispiel die gesamten STL-Collections sind so generisch, also sind mit Templates, das heißt, die machen sich zum Beispiel einen Vektor von String, das sieht dann so aus, Vektor von String. Das ist sozusagen die Schreibweise, wie das in C++ gemacht wird und in Java sind es auch diese Spitzenklammern und dieser Typ, dieser String, der in den Spitzenklammern steht, das ist das Ding, was hier als Type auftaucht. Also einfach die Möglichkeit, wenn Sie sozusagen Generics oder Templates in UML abbilden wollen, dann läuft das über so ein extra, über so eine extra Klassenschablone in der rechten oberen Ecke. Gestricheltes Rechteck, Sie können Typen angeben, müssen es aber nicht. Assoziationsklassen ist auch so eine schöne Sache, die gibt es schon ganz lange, seit UML 1, erlaubt Ihnen, also eine Assoziation ist an sich beschrieben durch die Enden und durch Namen, kann aber auch durch eine Klasse an sich beschrieben werden. Das heißt, dann hat die Assoziation folgende Attribute und auf die Assoziation kann man folgende Operationen aufrufen. Das ist in der Analyse ganz schick, muss man wirklich sagen. Manchmal hat man so eine Assoziationsklasse, Tipp, Arbeitsbogen, oder man kann in so einer Assoziationsklasse oft ein Problem geschickt lösen. Wie wird das notiert? Na ja, da wird eine Klasse gemacht und die wird in der gestrichenen Linie an einer Assoziation gehängt. Heißt, diese Assoziation wird anhand dieser Klasse hier gemacht. Beschreibt also, wie sich die Assoziation verhält, weil es gibt Methoden, es gibt Verhalten und welche Werte das hat, welche Eigenschaften. Das Problem ist jetzt, ein nettes Feature, kann man wirklich benutzen, wird aber vor allen Dingen nur in der Analyse gebraucht. Denn, wenn Sie es technisch implementieren wollen, es gibt keine Programmierensprache, die Ihnen das unterstützt. Kennt keine. Also C++ zum Beispiel ist eine Assoziation, ein Attribut. Da steht aber gleich ein anderer Typ drin. Da kann ich nicht noch irgendeine Klasse dazuschreiben. Deshalb, in der technisch aufgelöst, wird das in der Implementierung dann meist so und das macht es relativ kompliziert. A muss erst zu C gehen und dann zu B beziehungsweise umgekehrt. Das heißt, man muss immer über so eine Zwischenklasse gehen. Und dieses Muster gibt es auch ganz, ganz oft. Das trifft man dann, wenn man sehr komplexe Datenstrukturen hat. Wird immer über so eine, ich sage mal, Proxy-Klasse, irgendwas in der Mitte gegangen, bevor man auf der anderen Seite ist. Beispielsweise, wenn Sie Graphen haben und die Kanten von den Graphen, also Sie implementieren eine Graph-Datenstruktur und die Kanten von den Graphen, da wollen Sie Sachen ranhängen. Werte zum Beispiel. Dann gehen Sie oft über so eine Kantenklasse, bevor Sie beim nächsten Knoten sind. Und das ist so eine typische C-Klasse an dieser Stelle. Okay, also, was Sie sich merken müssen ist, es gibt Assoziationsklassen, man macht sie mit einer gestrichelten Linie, hängt man sie ran, sie beschreiben dann die Assoziation. Und man kann das technisch nicht so einfach umsetzen, sondern es muss technisch eben sozusagen in die Assoziation reingehangen werden. Gut. Kommen wir jetzt zu wichtigen Assoziationen. Neben Genspeck haben wir sogenannte Aggregation und vielleicht noch wichtiger die Komposition. Die kommt als nächstes. Haben Sie schon kurz gesehen, im letzten SU hatte ich so ein Beispiel mit dem Autoradio, wo eine Komposition auftauchte, eine gefüllte Raute. Kümmern wir uns erstmal um die Aggregation. Das ist prinzipiell eine binäre Beziehung, kann nicht NR sein, eine binäre Beziehung zwischen zwei UML-Typen. Und die wird so gezeichnet, dass man diese Assoziationslinie hat und dann an der einen Seite ist so ein Diamant, so eine Raute, die ist bei der Aggregation ungefüllt, bei der Komposition gefüllt. Ungefüllt heißt Aggregation. Aggregation, erstmal die Seite, wo der Diamant dranhängt. Das ist sogenannte Ganze. Und die andere Seite, das sind die Teile. Also Aggregation beschreibt eine Zusammenfassung von Teilen zu einem Ganzen. Das heißt, wenn wir uns das angucken, dann steht hier, B sind Teile von A. Und A ist das Ganze und B sind die Teile. Das Problem ist, das hier ist in der UML, hat wenig Aussage. Es gibt keine präzise Semantik, außer, ja, es ist halt eine ganze Teilbeziehung, aber es sagt nichts darüber aus, was passiert, wenn A verschwindet? Sind die Bs noch da? Ja, die Bs sind noch da, aber was ist dann? Warum sind sie dann ein Teil davon? Das heißt, das kann man schon nehmen, wenn man nicht so eine starke Lebenszeitabhängigkeitseinschränkung hat, aber die Aussage ist, ich sag mal mal, verwaschen. Man hat da so eine unscharfe Aussage, was das eigentlich ist. Nichtsdestotrotz, sollte man benutzen, vielleicht aber eher in der Form von der Komposition, denn die Komposition hat eine ganz klare Semantik, sie drückt Existenzabhängigkeit aus. Die Komposition, diesmal jetzt, gefüllte Raute, ist ebenfalls Teil Ganzes, also B sind Teile von A, binäre Beziehung. Jetzt ist es aber so, wenn ein Objekt A hat ja dann Objekte von B als Teile. Wenn A aus dem Speicher geräumt wird, werden auch die Teile von B, die an A hängen, aus dem Speicher geräumt. Das heißt, es ist eine Lebenszeitabhängigkeit. Also wenn ein, man nennt das auch Kompositum, das ist auf der linken Seite, weil es komponiert wird, es wird zusammengefasst, wenn also ein Kompositum gelöscht wird, werden auch die die komponierten Ausprägungen, also die Teile gelöscht. Und das ist tatsächlich besser als die Aggregation, weil in der Aggregation gibt es keine Aussage darüber. Es ist einfach nur so Teil Ganzes, aber inwieweit sich das jetzt ein Ganzes ergibt, Lebenszeitabhängigkeit oder Existenzabhängigkeit ist ein ganz klares Kriterium. Da wissen wir, warum das ein Ganzes ist, nämlich die Teile sind nicht mehr da. Okay, das sind die beiden Möglichkeiten und sie können natürlich keine zyklischen Kompositionen haben. Sie können auch nicht Kompositionen, also das hier wäre auch nicht richtig. Nehmen wir an, eine Klasse C mit einer Komposition ausgefüllt zu B. Das geht auch nicht, weil das B darf ja nicht lebensabhängig oder Existenzabhängig von zwei anderen Klassen sein. Es darf immer nur eine sein. Das setzt also voraus, die Struktur, die sich hier ergibt in einem Klassendiagramm, wenn Sie viele davon haben, ist ein Baum und kein Graph. Egal, keine Zyklen bei Kompositionen. Keine Selbstkomposition, macht keinen Sinn. Komposition wird oft benötigt, wenn man Objekte persistieren muss. Das kennen Sie vielleicht schon. Wenn man im Speicher, ich nenne immer einen Objektgrafen, also ich habe Objekte im Speicher, die kennen sich alle irgendwie, hängen alle irgendwie zusammen, das nenne ich den Objektgrafen. Und wenn man den auf Platte schreiben will oder in der Datenbank schreiben will, dann nennt sich das Persistenz, persistieren. Dafür gibt es Frameworks. Dann nimmt man einfach ein Objekt und dann wird die sogenannte Polymorphe Hülle, das sind alle Objekte, die sich untereinander kennen, transitiv alle, werden auf Platte geschrieben. Das heißt, sie werden serialisiert, man schreibt die Attribute raus und legt die irgendwo hin, in eine Datenbank zum Beispiel. Und dann kann man irgendwann wieder sagen, ich hätte jetzt gerne wieder diesen Zustand, gib mir alle Objekte und dann geht mein Persistenz-Framework, geht hin und macht immer die Klasse, drückt den Zustand rein, was aus der Datenbank kommt, stellt die Assoziation her und legt mir das wieder in den Speicher. Und dafür ist dieses mit den Kompositionen oft sinnvoll, weil man sozusagen dann, ich hatte ja schon gesagt, die bilden einen Baum, weil man dann an der Wurzel anfassen kann und sagen kann, so und hier fängst du an und dann wird alles weggeschrieben. So, ist vielleicht ein bisschen weit gewesen jetzt. Komposition für Persistenz hat es eine Bedeutung, behalten Sie es im Kopf. Was ich von Ihnen erwarte, dass Sie wissen, ist, dass die Komposition ein Teil Ganzes Beziehung ist, binär, wie sie aufgeschrieben wird und dass es die Existenzabhängigkeit ausdrückt zwischen zwei UML-Konstrukten, Klassen zum Beispiel. Sie sollen die auch anwenden können, ein Klassendiagramm. Ist in C++ auch tatsächlich technisch ausdrückbar? In Java nicht, weil Pointer Semantics in C++ kann ich ja in dem Speicherbereich eines Objektes andere Objekte anlegen und wenn das Objekt, der Destruktor läuft, werden auch die Destruktor des anderen Objekts gecalled. Das heißt, es gibt dieses Ding in C++. In Java gibt es tatsächlich nur die Aggregation, weil die Objekte nicht weggeräumt werden. Das macht der Garbage-Kollektor. Der stellt irgendwie fest, wird nicht mehr benutzt. Dann räume ich mal. Realisierung hatte ich Ihnen bei den Schnittstellen schon vorgestellt. Das ist dieser Fall hier. Und zwar müsste dazu auf der Seite hier A, das muss ja eigentlich ein Interface sein. Ich weiß nicht, ob es E-Face heißen. Naja, dieser Stift ist dann doch sehr grob. Also, B realisiert A. Und Sie kennen das momentan nur mit Interfaces. Das kann noch, es gibt noch andere Komponenten, zum Beispiel können das auch. Es gibt andere Diagrammarten, da wird der Pfeil noch anders benutzt. Also, immer die gleiche Semantik natürlich, aber er läuft halt nicht zwischen Klassen, sondern zwischen anderen Elementen. Die Realisierung ist eine binäre Beziehung zwischen zwei UML-Typen und die Aussage ist, dass B, das worauf es zeigt, realisiert. Das heißt, implementiert. Und das Einzige, wo wir es im Moment haben, war dieses Beispiel hier unten. Sie erinnern sich? Caller, Callable und Contact. Contact realisiert das Interface Callable und das realisiert es, weil hier eine Call-Methode implementiert wird. Die hat da ein Buddy, die hier im Interface vorgegeben wird. Das ist sozusagen die Aussage. Notation ist gestrichelte Linie mit einer kleinen, ungefüllten Spitze. Der Unterschied ist die große, ungefüllte Spitze bei der Spezialisierung. Das ist ja so ein bisschen ein Pendant, deshalb glaube ich, haben die beide ungefüllte, geschlossene Spitzen. Genshbeck, die Realisierung, ist ja sozusagen auch eine Form von Spezialisierung. Man nimmt das und man ist das auch irgendwie. Also der implementiert das, kann das, aber hat auch noch mehr. Es hat zum Beispiel eine Wreit-Methode in dem Beispiel der Contact. Also da gibt es Parallelitäten, sind aber zwei verschiedene Konstrukte, müssen sie auch unterscheiden können. Realisierung für, zwischen Interfaces und Genshbeck zwischen vielen Dingen, zum Beispiel Klassen. Ich würde gerne kurz was zu Objektdiagrammen sagen. Sie müssen, vielleicht fangen wir da an. Sie müssen sich vergegenwärtigen, dass vieles, über das wir reden, zum Beispiel Genshbeck. Genshbeck, haben Sie ja hier oben eine. Genshbeck ist definiert auf einer Typebene. Wir reden darüber, dass B ein A ist. B und A sind beides Typen. Und Genshbeck ist auf der Typebene eine Beziehung zwischen Typen. Nun ist es aber so, es gibt eine sogenannte Ausprägungsebene. Das ist die Ebene der Objekte. Genshbeck funktioniert auf Klassen. Klassen erben voneinander. Nicht Objekte. Objekte erben von nichts. Es sei denn, uh, sie haben zur Laufzeitvererbung, aber wir reden jetzt hier über OML. Also, dieses Genshbeck läuft auf Typebene. Jetzt gibt es aber diese Ausprägungsebene. Ausprägungsebene habe ich mal hier eingezeichnet. Eine Ausprägungsebene ist die Ebene der Objekte. Das heißt, irgendwann wird von A eine Instanz A, klein A gemacht und von B eine Instanz klein B. Und das kann man notieren. Das da. Das ist eine Instanz von B. Das ist ein Objekt. Das hat den Namen klein B. Ist vom Typ groß B. Und eine Ausprägung erkennen Sie an zwei Dingen. Zum einen an dem Doppelpunkt. Der da. Und zum anderen daran, dass es unterstrichen ist. So. Nicht jedes Tool macht beides. Den Doppelpunkt haben Sie immer. Der Unterstrich fällt manchmal weg. Man kann auch anonyme Typen haben. Dann steht da nur Doppelpunkt B. Das heißt, ich habe keinen Namen, aber ich bin eine Instanz. Das. Bitte, bitte vergegenwärtigen Sie sich das. Das ist wichtig. Sie müssen unterscheiden. Es gibt die Typebene, die Klasse B und es gibt die Ausprägungsebene. Klein B von Groß B. Eine Instanz der Klasse B, sprich ein Objekt. Okay. Und man kann da eine Verbindung machen, eine Assoziation und die nennt sich Instanz-Of. Und diese Assoziation steht für die Instanzierung. Also, das ist eine Abhängigkeit, gestrichelte Linie auf eine Falschspitze mit dem Stereotyp Instanz-Of. So. Zwei Ebenen. Wir müssen darüber reden, auf welcher Ebene befindet sich ein Diagramm. Das Objektdiagramm befindet sich da auf der Ausprägungsebene. Ja, Kontrollflage. Woran erkennen Sie es? Richtig. Am Doppelpunkt und es unterstrichen wird. Anonymer Vater und Karlchen. Ja, Doppelpunkt unterstrichen. Wir reden über Objekte. Und das ist ein Objektdiagramm. Das sieht so ein bisschen aus wie ein Klassendiagramm. Liegt daran, dass es wirklich fast ein Klassendiagramm ist. Aber es ist dazu da, Objekte zu modellieren. Ausprägungsspezifikation, kann man auch sagen. Und dazu können wir Werte belegen. Das heißt, wir reden jetzt nicht mehr über den Typen und so, sondern wir sagen zum Beispiel, Sie erinnern sich, diese Contact-Klasse, die ist jetzt folgendermaßen ausgeprägt. Karlchen ist irgendein Objekt, das nenne ich Karlchen und der Name ist Karlchen Müller und die Adresse ist Skatwick3 in Eltenburg. Zum Beispiel. Das heißt, ich präge hier durch dieses Gleich, lege ich Werte auf die Attribute Name, Name und Address fest. Ich assoziiere die mit Attributen. Das können Objektdiagramme machen und dann, das stammt aus dem normalen Klassendiagramm, das ist ja dieses typische Nachwuchsvater, hatte ich ja mal modelliert und der Vater ist anonym, das heißt, Karlchen kennt seinen Vater nicht, Familien, Dramen spielen sich ab, aber es gibt einen Vater. Und dieses Diagramm ist ein Objektdiagramm, definiert eben diese konkreten Ausprägungen, belegt Werte und hier auf der rechten Seite, was ich schon gesagt habe, wenn hier kein Name ist, ist es eine sogenannte anonyme Ausprägung. Auch die Relation, also die Assoziation ist ausgeprägt, aber das sehen Sie jetzt, da gibt es technisch wenig, wo Sie das sehen sozusagen. Es ist letztendlich in C++ ein Pointer auf das Vaterobjekt. Gut. Das ist ein Objektdiagramm. Dazu erzähle ich Ihnen nicht mehr. So sehen die Objektdiagramme aus. Deshalb, einfache Art, Ausprägung von Werten und Sie müssen sich merken, wie Sie Instanzen definieren, denn das brauchen Sie spätestens beim Sequenzdiagramm nochmal. Jetzt möchte ich noch ein bisschen was zur Konzeptidentifikation sagen. Prinzipiell ist es eine textuelle Variante, um Klassen zu erzeugen und man nimmt da so ein bisschen semi-strukturierte Vorlagen. Also es eignet sich sehr gut, wenn Sie Dokumente, am besten Formulare haben, wenn Sie ein System zum Beispiel digitalisieren sollen, Sie sollen ein digitales Abbild dieses Systems schreiben und es gibt schon Formulare, es gibt bereits Prozesse, die mit einem Formular gemacht sind. Ist es eine gute Idee, diese Formulare zu nehmen? Warum ist es eine gute Idee? Bei einem Formular haben Leute bereits Struktur in die Daten gebracht. Da fliegen jetzt nicht datenfrei rum, sondern sie wurden irgendwie schon in Zusammenhänge gebracht und diese Zusammenhänge können Sie natürlich weiter nutzen. Das ist Information, die für Sie interessant ist, besonders wenn Sie über die Domäne nicht besonders gut kennen. Dann sind natürlich, das ist Gold, das erzählt Ihnen, wie die Domäne strukturiert ist. Das heißt, wie gehen Sie da vor? Zuerst mal lesen Sie Dokumente und versuchen Sie, Attribute zu finden. Dann können Sie die Attribute in den Klassen zusammenfassen und dann versuchen Sie, rauszukriegen, wo Assoziationen sind zwischen diesen Klassen. Sehen Sie mal hier auf der rechten Seite so ein Blatt, was ich mir ausgedacht habe, Seminaranmeldung. Da kann sich jemand bei mehreren Seminalen anmelden. Da kann man erst einen Titel hinschreiben, dann Vorname und Nachname und dann kann man bis zu an dieser Stelle vier Seminare mit der Nummer, dem Inhalt und dem Datum aufschreiben und darunter trägt man noch ein, für wen ist die Anmeldung. Nee, darunter trägt man ein, wer die Rechnung kriegen soll. Ja, also wieder Titel, Vorname und Nachname, diesmal aber noch eine Straßenposter zum Ort, damit die Rechnung geschickt werden kann und eine Unterschrift, um es recht verbindlich zu machen. Okay, also irgendeine dumme Seminaranmeldung, habe ich mir gesagt, so ausgedacht. Was müssen wir jetzt machen? Wir haben es gelesen. Jetzt müssen wir Attribute finden. Ignorieren Sie momentan mal, was da unten ist. Das ist sozusagen die Umsetzung des Klassendiagramms. Jetzt gucken wir uns das mal rechts oben an. Was habe ich hier für Attribute? Naja, sowas wie Titel, Vorname, Nachname sind offensichtlich Attribute. Die Nummer, der Inhalt, die Straße, die Unterschrift, all diese Dinge sind Attribute. Kann ich die denn zusammenfassen? Naja, logisch gibt es da eine Zusammenfassung. Also Titel, Vorname, Name gehört irgendwie zusammen. Also sage ich doch einfach mal, das ist eine klasse Teilnehmer mit den Attributen Titel, Vorname, Nachname. Jetzt können wir doch mal hier runtergucken. Jetzt kann ich schon mal eine klasse Teilnehmer mir hier hinnehmen und sagen, oh, hat einen Titel, Vorname, Nachname. Wie Sie sehen, habe ich da keine Typisierung bisher vorgenommen. Wir sind in der Analysephase. Um diesen Detailgrad drücke ich mich noch. Vielleicht hätte ich auch erst mal nur Teilnehmer schreiben sollen, aber ich habe die Attribute ja schon. Warum nicht? So, jetzt muss man ja wissen, okay, der Teilnehmer, den haben wir jetzt. Was kommt als nächstes? Na, da kommen jetzt Seminare. Eine, so eine Zeile mit einer Seminarnummer, dem Inhalt und dem Zeitraum. Könnte ich ja Seminar nennen. Dann habe ich vier Stück davon oder vielleicht eine beliebige Menge, aber immerhin. Sehen Sie hier unten? Oh, ich habe ein Seminar mit Nummer, Inhalt, Zeitraum. Das ist ja das, was hier steht. So, dann kommt ein bisschen Text und dann kommt wieder so was. Da gibt es wieder so einen Teilnehmer quasi oder irgendwie so eine Personengruppe und sagen wir mal ein Teilnehmer und der hat aber irgendwie noch mehr Informationen. Der hat eine Straße, eine Postleitzahl, einen Ort. Okay, also ich kann hier vielleicht was wiederverwenden. Wiederverwendung, objektorientiert, heißt Vererbung. Das heißt, ich sage, diese Informationen, die gehören zu einem Rechnungsempfänger. Das ist der, der die Rechnung kriegt. Der Rechnungsempfänger, den haben wir hier. Okay, der ist ein Teilnehmer. Ja, weil er erst mal den Titel, den Vornamen, den Nachnamen haben will. Hat er. Was braucht er noch? Straße, Postleitzahl, Ort. Das könnte ich jetzt direkt in den Rechnungsempfänger reinschreiben. Aber ich finde, das ist so allgemein. Mir gefällt das besser, das in der eigenen Klasse auszulagern. Das ist meine Entwurfsentscheidung. Das können Sie ganz anders machen. Ich sage, das hier, das finde ich eigentlich, das gibt eine gute Adresse ab. Und dann habe ich hier unten eine Adresse gemacht und hänge die dann tatsächlich auch an den Rechnungsempfänger. Das heißt, ich sorge dafür, dass der Rechnungsempfänger sowohl die Attribute, Titel, Vorname, Nachname aus Teilnehmer hat, nämlich durch dieses hier, in dem ich sie rein erbe, und die anderen, ups, und die anderen Dinge gebe ich mir über diese Assoziation. Darüber habe ich Zugriff auf Straße, Postleitzahl, Ort, und ich lege fest, da gibt es nur eine. Hätte ich auch weglassen können, weil die Eins ist Default, aber prinzipiell. Was fehlt mir noch? Naja, das ganze Ding, die Anmeldung an sich, ich muss das irgendwie alles zusammenziehen, alles zusammenhalten, und da füge ich einfach Seminaranmeldung an und sage, die Unterschrift ist für mich ein Bild. Vielleicht wird die in dem System einfach gescannt und als JPEG rangehangen. Mir egal. Und von denen aus habe ich zwei, kenne ich zwei Sachen, nämlich den Teilnehmer und den Rechnungsempfänger. Check, check. Und jetzt brauche ich noch die Seminare. Naja, dann nehme ich diese Assoziation und hier nehme ich meinen Stern, weil ich habe mehrere Zeilen. Jetzt mache ich ein Formular, da gibt es nur vier Zeilen. Vielleicht hat das einen Sinn. Ich sage mal, hat keinen Sinn, ist einfach nur, weil der Platz begrenzt war. Warum nicht beliebig viele? Also schreibe ich einen Stern hin. Dann haben sie hier diese Verbindung zum Seminar. Check, das Seminar haben wir auch. Die Seminaranmeldung an sich. Check ist da. Haben wir alles. Adresse gehört zu Rechnungsempfänger. Ist eigentlich komplett modelliert. Das ist eine Möglichkeit, es umzusetzen. Muss ich ein bisschen, ich habe mir jetzt die Rollennamen gesperrt. Was ich gemacht habe, ist die Multiplizitäten habe ich reingeschrieben. Da brauche ich übrigens keine eckigen Klammern an der Stelle. Die brauche ich nur bei Parametern und bei Rückgabe, werten. Weil hier kann ich sozusagen den Stern direkt dran schreiben. Oder wo auch immer. Das heißt, ich habe mir erst geguckt, wo sind die Attribute. Ah, ich habe Titel, Vorname, Straße, Inhalt und so. Dann habe ich die in Klassen zusammengefasst. Das rote. Oder auch das türkise für die Seminaranmeldung. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht, wie sind die Zusammenhänge. Hätte jetzt auch irgendwo noch eine Komposition auftauchen können. Aber da haben sie nicht so viele Möglichkeiten. Da haben sie Assoziation, da haben sie Genspeck, Aggregation, Komposition. So. Und dann müssen sie überlegen, wie ist es sinnvoll, das zu teilen. Wie gesagt, sie können auf ganz andere Modellierungen kommen. Ich sage auch nicht, dass das hier die allerbeste Modellierung der Welt ist. Es ist einfach nur eine Möglichkeit. Und das ist, das ist etwas, das erfordert auch Übung. Das heißt, das müssen sie ein paar Mal machen. Und wenn sie in der Domäne schon länger aktiv sind, werden sie merken, dass sie geschickter Domänenmodellierer werden. Das heißt, gute Lösungen finden, wie sie die Daten und die Eigenschaften oder die Methoden, die an diesen Daten hängen, irgendwie geschickt abbilden. Zumindest können sie das mal üben auf dem Arbeitsbogen. Und ich würde jetzt gern noch eine Zusammenfassung machen von dem, was wir heute gemacht haben. Wir haben uns als erstes um Paketdiagramme gekümmert. Erinnern Sie sich, mit diesem Fähnchen. Wo es dieses Import und Access gab, also man konnte Symbol aus einem anderen Paket in das aktuelle übernehmen als Sichtbarkeit oder sichtbar übernehmen. Das gab mit Import was Public, mit Access was Private sichtbar bei Weitergabe. Und Merge war dieses Kopieren von Elementen aus Paketen, die einfach zusammen zu kopieren. Da wird physisch tatsächlich was miteinander zusammengefügt. Das waren Paketdiagramme. Dann haben wir sozusagen uns die weiteren Modellierungsmöglichkeiten für Klassen angeguckt. Aktive Klassen, die beiden doppelten Striche, um irgendwas zu kennzeichnen, das von sich aus ausführt. Templates, sprich Generic Templates, also die Möglichkeit, statische Typisierung auf Klassen vorzunehmen. Assoziationsklassen, eine Klasse an einer Assoziation mit einer gestrichelten Linie hängen, die dann die Assoziation beschreibt. Aggregation und Komposition, also Teil Ganzes Beziehung, einmal mit Existenzanmöglichkeiten, einmal so ohne irgendwie für Aggregation und die Realisierung, die wir aber auch schon mal hatten, nämlich, dass eine Klasse, zum Beispiel eine Schnittstelle, die Definition einer Schnittstelle als Methoden aus realisiert, also implementiert. Dann haben wir uns ganz kurz Objektdiagramme angeguckt und da ist, glaube ich, wichtig, dass Sie sich vergegenwärtigen. Es gibt diese zwei Ebenen, die Typebene und die Ausprägungsebene und wenn Sie auf der Ausprägungsebene was machen, dass Sie diese Notationen nehmen mit dem Doppelpunkt und mit dem Unterstrichenen. Das ist mir auch wichtig. Da gibt es sozusagen weniger Punkte, sollten Sie mir das unterschlagen in einer Klausur und das ist notwendig. Und am Ende haben wir uns nochmal um Konzeptidentifikation, sprich nochmal so eine Art Textanalyse, Aufstellen eines Klassendiagramms mittels so semi-strukturierter Dokumente. Also wenn Sie Formulare haben, wie kann man da vorgehen, was wäre so eine typische Herangehensweise. Ich hoffe, das hat Ihnen was gebracht. Machen Sie den Arbeitsbogen und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ich wünsche Ihnen und ich wünsche Ihnen den Arbeitsbogen und ich wünsche Ihnen und ich wünsche Ihnen